Ich werde permanent angestellt. Ja, stehe mir im Hintergrund. Begleite ich das Game. Hallo. So, was kann die überhaupt hier? Ja, begleiten mich wirklich. Weil ich ja im Game nix sehe. Scheinerweise kann ich den noch gar nicht kaufen. Soll ich als erstes also so ein Feenarmulett kaufen oder was? Jo. Manarek. Oder Lebensrek. Manarek? Manarek. Und dann Worts. Oder wie viele Worts? Ähm... Ja... Rather... Ich wollte nur sagen Patrick Spectated. Kann er ja. Aber du weißt ja nicht, dass ich aus diesem Grund spiele. Äh... Du kaufst drei normale Worts. Dann hab ich noch 70 Gold übrig. Was mach ich damit? Kannst dir von mir aus keine Ahnung. Heiltränke kaufen oder... Nee. Oder Mana Tränke oder... Was geh ich als erstes? Das musst du wissen. Q. Wenn du offensiv gehen willst, Q. Nee, lieber nicht offensiv. Nee. Ich nehm als erstes E. Genau. Damit ich den Gegner zum Schweigen bringen kann. Nicht E. W. Wieso nicht E? Nee. Nee, nee. Ich würde den Gegner zum Schweigen bringen. Das ist einfach besser. Damit kannst du übrigens auch Mana wieder herstellen. Ja. Das ist mir schon klar. Okay. Aber ich fand die andere jetzt am Anfang wichtiger. Für den Seelenfrieden. Für den Seelenfrieden. Ich kann ja schon mal mit meinen Fallen hier anfangen. Machst du die zwei Buffs gleichzeitig Schako Methode oder... Äh, äh... Keine Ahnung. Ich spiel den ersten Mal Jungle. Achso. Ach du Scheiße. Äh... Sonst würdest du... Beim... Äh... Blue... Die... So viele Turrets platzieren wie du kannst. Und einer... Pullt dann... Meistens der Midlaner. Und währenddessen bist du schon am anderen... Am anderen Buff. Und tötest ihn gleichzeitig. Bist du Instant Level 3. Oh ne ne. Wräuch ich nicht. So mach ich das nicht. Ne, so mach ich das nicht. Das wollen wir nicht. Oh, Annie in der Mitte. Du hast das eh schon. Hat eigentlich gar keiner den Gegner vorgelesen, ne? Das kann jetzt, äh... Oh, da oben ist das Dings. Blitzkrank haben wir hier unten noch. Das war ja klar. Oh, ich will gar nicht schießen. Hör mal auf hier. Ahhh... Ein kleiner Pirat... AHHHH... Auf der Top... Lalalalalalalala Dammit Oh oh Hau auf, hau auf, hau auf Ah, ich bin tot, ah nein Egal Ganz egal Ich war nur ganz kurz, ein bisschen Gold, dann kann ich mir gleich ein lieder Wort mitbringen So, jetzt komm ich Zumindest der Blaze First Battle kriegt Ja Ich hab dann irgendwie nicht mehr aufgepasst und dachte eigentlich, ich wäre MF Weil ich ja nie so ein Bord spiele und dann war es um mich geschehen Oh nein Irgendwie klappt das nicht so gut Nein, MF Ich mute mich mal ganz kurz Nein, nein Nein, wir wollen die ganze Wahrheit hören, MF SS Wir sind mal ein bisschen hinter dir, ich halte dich jetzt mal hoch Die wollte ich nur anloggen, glaub ich Bist mir egal, ihr versteckt mich aber hinter den Creeps und fertig Ja, ja, ist alles gut Ja, MF ist wohl gerade ein bisschen am Ragen Nein, nein, ich bin wieder da, alles gut Alles, alles gut Du bist wieder ganz ruhig, ey Alles wunderbar Dem MF geht's gut, der kauft jetzt eben ein und dann Was kauft der denn jetzt ein? Ja Man weiß es nicht Hm Ja Ich bin der schlechteste Jakob-Channel überhaupt Boah, richtig gut Wir müssen gleich mal den Wort von denen kaputt machen Ich hab sozusagen extra ein lieder Wort mitgebracht, das ist dafür Okay Kommst du mit? Ja, ja Hä, haben die keinen gestellt? Und scheinbar nicht Oder ein Stück weiter oben Und in den Busch nicht, ich glaube, da steht im Busch drin, ne? Das macht nichts, wenn wir das da auch so sehen Ja, das ist zu viel gepusht, daco, jetzt konntest du hier nicht mehr machen Und das nur weil Scheinlich, scheinlich aber nicht jeder kann Äh, ich weiß, dass du da cooldown drauf hast Äh, Frame? Oh, oh Oh, oh Oh, die Weih kommt, die Weih kommt, die Weih kommt Lauf rein, lauf rein, jawoll Warte Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Nice Das war der Doubleshot, ne? Hoffen wir, dass bald einer da worden geben will Hoffe ich auch Frame willst mal top ganken kommen Na ja Tankplank ist SS Pass auf, ich hab grad kein Heal Ne, muss ja dann gleich mal weg Ne, ich bleib noch ein bisschen Auf, da ist blitzig wieder Jojo, ich kann mich, hier haben wir ja keine Mann geben Ist ja doof Ne, dir ist selber nicht mehr Das war doch mal früher so Ich hab schon früher immer so, ja Jetzt haben sie gewordet Ja, mach mal die Worte, mach ich den Stecker kaputt, oder? Wette ist ein Mist. Oh, kommt der weg. Pass auf, lass ich... Ja, ich... sauber, schön. War nix los hier. Kann ich mich selber hier? Ja, wenigstens, das geht. Ja, das geht. Aber das war früher auch ein bisschen OP, ne? So... Ne, selber Mana geben, ne? Du hast halt nie zurückgemusst, eigentlich. Ja, stimmt. Ich muss doch jetzt nicht zurückziehen, siehste doch. Ach, schub. Ah, Flash ist raus. Worth it. Da, da, ja. Ne, ist noch zu spät, schade. Weiß hinter uns, weiß hinter uns, verdammt. Ich hab ihn versucht, den Glitzgeer noch ein bisschen... Ja. Ne, wir haben keine Boards mehr unten, das ist das Problem, ne? Ja, ich bin nicht zurückgegangen, ich hab einen Volt gerade noch in den Busch gestellt, das war das Letzte. Ich geh gleich zurück und hol neue Boards. Wollte ich jetzt euch heute zehn Gold abwarten? Ja. Also... Oh, danke. Bitte, ich wollte dich, ich wollte nur dich retten. Ja, ich weiß. Das war mein erklärtes Ziel. Nicht. Ich wollte mich selber schaden. Ja. Let's fight, Tippers. So, was kaufe ich mir jetzt weiter? Jetzt kaufe ich mir hier, ähm... Ach so, ich hab eh kein Geld, ich muss mir ein Volt kaufen. Ich kann mir ein Volt leisten. Äh, dann guck eher, dass du das Volt-Item kriegst. Äh, zu spät. Wie toll, wo ist denn das? Wie sieht das aus? Ach, dieses Auge-Ding da. Ja. Sehender Stein, oder was? Ja. Da wo du einmal ein HP-Upgrade dafür brauchst. Ja, hol ich mir gleich als nächstes dann. Chaco macht Endi fertig! Und jetzt kommt Frame! Frame, los, mach was! Frame? Mich ist der Arm Tower gestunt. Verdammt. Sehr schön. Die Dumme bleibt stehen und killt den. Jetzt hat sich quasi selber getötet, oder? Ja. Kann man so sagen, ne? Ich geh mal kurz zurück. Jo. Erstmal einkaufen. Unten sind zwei Mist. Wir schauen auf dem Weg nach oben. Ah. Und ich hab's nur noch gebannt, äh, gestunt. Renn weg, renn weg, renn weg! Ah. Scheiß, Ult, ich hab mich erwischt. Oh, oh. Irgendwann bist du vielleicht ge-crapped, oder bist du tot? Oh, wieso sind die so schnell? Ach, fuck you! Die hat zu viel gepusht, das war zu hart. Das hat mit dem nichts zu tun. Komm, komm, komm! Ja. Ach, der Botter fällt, ne? Ach, ach, da ist eine Y. Da ist eine Y. Eine neue Reihe. Das ist nicht gerade der beste Char, ne? Das ist nicht gerade der beste Char, ne? Du Haka auf Full-AP gemacht. Er macht mit der Ehe so viel Damage am Endgame. Wie schnell der ist, ne? Den interessiert das gar nicht. Ja. Oh, klauen wollte ich den eigentlich nicht. Entschuldigung. Ah, da ist ne, da ist Y. Ähm. BATZ! AUS! Ich komm weg, ich komm weg! Ich komm weg! Ah! Passive! Und ich bin tot! Ah! Ah, dammit! Ich schlinde keinen Atemzug! Oh, der war knapp! Y kommt in die Mitte, Y kommt in die Mitte! Achtung! Ähm, Y kommt, ja. Und ich dachte, Gangplank auf, aber... auch nicht. Wer ist denn jetzt rausgegangen? Wieso, wer ist denn rausgegangen? Mhm. Irgendjemand ist disconnected. Ach, der anderen, ne. Das war Sunny. Ach, Sunny wurde es. Nicht mein schöner Top Tower! Nein! Nein! Der Gang. Komm, Lacey, ich kriegste. Hat mich den Tower gekostet. Mach Ulti, geh durch den Busch oder sowas. LACE! LACE, komm wieder runter! Zu mir, zu mir, schnell zu mir! Und nochmal sterben! Jawoll! Wo wart ihr beide eigentlich? Warum kommst du nicht zu mir? Hm. Wir beide seid nicht da zum Nasher reingerannt, oder? Nee, wir sind zu dir gerannt. Ich bin über die Wand vom Nasher. Was war das denn? Absicht. Achso. Wenn du so fragst. Achso. Wenn du so fragst. Ja. 4-9. Wir sollten mal ein bisschen aufpassen jetzt. Ja. Ich weiß nicht, du musst angreifen. Mach mal die Super, die musst du machen. Ja, hatte ich gerade eben. Und deinen Schild verwenden, wenn er dich zieht. Oh, nein. Oh, oh, oh. Warum schildest du dich nicht selber? Komm, danke. Vielleicht ist weg da. Gangplank stimmt ja auch noch. Oh, komm, ey. Ja, schade. Nein! Der hilft es auch keine Worts zu kaufen, wenn wir so verlieren. Warum lasst ihr mich auch Supporter spielen? Das frage ich mich auch gerade, ja. Wenigstens sehen jetzt alle, dass ich es nicht kann, ich muss glaube ich nie wieder Supporter spielen. Ich stelle die Frage eher an die Abonnenten, warum sollst du Supporter spielen? Ja, Patrick, warum soll ich Supporter spielen? Weil das, oh Patrick, Patrick schäm dich. Ich weiß schon, warum ich das nicht mache, ich kann es einfach nicht. Also wir könnten ja jetzt total assig sein und sagen, es war alles Patrick schuld, wenn wir uns verloren haben. Es war Patrick schuld, Patrick, Patrick, Patrick schuld, Patrick schuld, Patrick schuld. Du kannst doch unten eh nicht pushen, Blaze, dann kommen die wieder von der Seite und hauen uns um. Ist doch eh schon egal. 3 Meinst du das? Ja. Quatsch. 4, 13? Ja und? Das ist nur, weil die gerade alles gekillt haben. Komm, geh in die Mitte. Ne, 4 haben sie gekillt. Na, stimmt dich nicht. Und da ist GP wieder. Versuch mal die Ending zu stunnen. Ja, der versucht. Achtung, GP kommt mit da. Kann er ja, wir sind ja auch zu viert hier. Dann komm ich auch mit da. Mach das. Kommt her. Komm her. Komm mich holen. Und tschüss. Oha. Wie die noch weg kommen mit kaumem Leben ey. Ich hätte die W passiv deaktiviert lassen sollen. Hättest du? Ja, hätte ich. Dann hätte sich meine passive nicht aktiviert, weil ich nicht fast gestorben wäre und weil dann wäre es jetzt gewesen. Ich hätte mehr wären drin gewesen. Ja. Sorry. Aber no risk, no fun. Wenn ich ran komme, kann ich ihn slowen, aber. Oh, ich hab gleich flashed. Komm hinterher, komm hinterher. Ich bin gleich bei ihnen. Ja, aber das nützt nichts. Auffassung von oben. Oh, hinter uns. Gangplank. Greif ihn an. Warum greifst du denn nicht an? Warum redest du hinter... Ja, ist egal. Ja, weil es egal ist, weil eh wieder drei da waren. Ja. Ich komme jetzt Mitte, Vorsicht. Weißt du, wenn sie wenigstens sowas geschrieben hätten wie Blitzcrank oder... Keine Ahnung, ne? Das war ja so gut. Oh, Frame. What a luck, ey. Weg mit dem Tor. Weg, 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 weg. Weg. Geh doch hin, mach Ulti. Weg mit dem Tor! Wie los ist dies gar nichts. Du wirst doch gar nichts. Egal, Morgana muss man... können. Irgendwann. Er problem.. muss man auch können. Ist kein Problem. Naja. Ich wäre bestimmt wieder rum eingeflamet, dass ich den nicht kann. Verdammt. 9Frame auf YouTube flamet ja niemand Nee Gerade auf dem Ah, schön, Draven ist jetzt auf der Top So, wir kommen schon Nee, nee, schon okay Doch, wir kommen Camp am Tower Oh Oh, hallo, ihr sparkling Oh, hallo, Rest MAnne Alter, crap Ja, falsche Richtung Phase Ja, dann sind auch alle da Haben wir schon Minuten 20? Ja, haben wir schon eigentlich, ne? Ich glaube, es wird auch Minuten 20 Minuten geben, weil ich glaube, das hat nicht mehr wirklich viel Sinn. Sag ich jetzt einfach mal, bevor wir Zeit verschwenden ohne Ende. Sieht man bei uns auch selten, dass wir aufgeben. Ja, also, lasst mich nicht wieder Supporter spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.